So Leute und ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play GTA 4 Multiplayer Und diesmal machen wir ein bisschen Rennen und zwar mit den Sportbikes Ich fahr das Motorrad Hakuchu und du? Double T, eigentlich hatten wir ja gesagt, dass wir Double T fahren, wir beide alle Aber scheiß drauf, wir machen jetzt einfach das und gut ist Okay Einfach mal so ein bisschen, ne, verplant, egal So Dann, dann zieht, boah, nimmt er da Hakuchi dann, ja klar Damit verliere ich eh Oh alter, im Radio läuft gerade voll das geile Lied, ey Also musst du dir anhören Geil das Lied, ey Warte kurz Bam Scheiße Lol Boah, auch noch Regen, ey, auch noch Regen Ich komm mit Hakuchi Ist nicht die schnellste, die schnellste Motorrad, oder? Doch, doch, klar Ja Ja Okay, den gibt's in GTA 4 jetzt nicht Äh, bei, äh, Lost and Damned, das, äh, das gibt's als, äh, Geschenk, wenn du, glaub ich, Gym, Gym, ne glaub ich, oder sowas, aber auf jeden Fall musst du ein, äh, Motorrad geben, äh, viel, ach, äh, Rennen bestehen Und dann, wenn du das geschafft hast, dann komm, äh, wie lol, ich bin gestorben, haha, wie geil, ich bin dagegen gefahren, ging so ein, scheiß Teil, ging so eine Mauer Ja Alter, wie ich hier drifte Fünf Runden machen wir übrigens, als kurze Info, für die Leute Ja Genau, Leute Hau da ins Mett Hau da ins Mett Das ist mein neuer Spruch Immer, wenn ich, äh, beende Hau da ins Mett, Leute Schon wieder aufs Maul geflogen Alter, das gibt es nicht Wow Jetzt fährt er mich auch noch um, ey Du kleiner Bastard Oh, Mann, ey So geil, ey Wie viel Götter, sie geht, und dann, sie geht Gar nicht gedacht, ich trink da mich noch Ja, wie schnell bist du eigentlich, als ob das das schnellste Teil wäre Das ist das schnellste, man glaubt mir Wow Wow, da fliegt der erstmal weg, ey, der Typ Wow, ich fahr grad woanders, ey Wow Warte Scheiße Nein Was, ihr lauft Platz 1, aber das wird sich stetig ändern Wow Alter, wo, wo sind wir denn hier, im Ponyhof, oder was? Das Leben ist kein Ponyhof Ja, Mann Ja, Mann Aber, ich kann dich noch aufholen Einholen Ja, aufholen geht auch Scheiße, ey Du kannst aufholen Ja, Mann, Alter Wow, ja, so natürlich Wow Sehr toll Alter, ich bin so ein Fehler Ja 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 Da kommt der Willi-Macher her Und zwar mit Nitro, meine Leute Yeah Yeah Ich hab dich Ich hab auch gewartet, damit es nicht so langweilig wird Genau Ja Ja Ja, aber du, ne Aber du wartest gar nicht Einmal weiterfahren Genau Ich bin halt unberechenbar Ich bin halt einfach so ein Ego, weißt du Ja 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 Ja, Mann Ja, Mann Manchmal sehen, was wir da aus der noch rausholen können An Aussehen Warum muss eigentlich ausgerechnet wieder Regen werden, Alter? Ich hatte Wetter veränderlich gehabt Ja, weiß ich auch nicht Also immer Regen, ey Weil das gerade Regen ist Immer Regen, immer Regen, immer Regen Oder? Ja Sind wir gerade am Gefängnis Ja Cool Jetzt kommt wieder geile Mucke Oh Ich fahr immer gegen diese Laternen Beziehungsweise Das Lied, ne Das Lied ist so genial, ey Bei Also Leider Blockstock und Elektroschock auch Ich hab gerade K K K 109 Studio Ja, also ich höre bei den Episoden immer so Elektroschock und Ja, finde ich auch geil Ich mach das jetzt auch mal wieder rein Ich fahr mal hier ein bisschen langsam extra Jetzt kommt der Wheelie-Macher Wheelie-Macher He 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 Yeah Das bringt mir jetzt voll was dieses Scheiß Nitro Ein Kopf an Kopf rennen Ja Was ich natürlich mal wieder verlieren werde Ja, ist ja Logo Hallo Dein Dein Name sagst du auch schon Zock Commander Das ist der Name für Fails ey Ja, ich weiß nicht Ich kam auf den Namen irgendwie Ganz spontan Ja, weil ich halt gerne zocke grundsätzlich und Commander Weil ich sozusagen Ja 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 Commander der Chef oder so bin Ja Irgendwie so So der Commander gibt es gibt ja auch bei Anderen Sachen Commander Der alte Sagen hat Weißt du so Das kam halt irgendwie Und dann habe ich gedacht Na ja machen wir mal Da ja mein alter Kanal Ja wir wissen es ja Nicht mehr existiert Beziehungsweise existiert schon noch aber Darauf werden keine Aber äh ist nicht aktiv meinst du Genau Okay Der wurde ja leider gehackt ne Wisst ihr ja Ach ja die Geschichte mit dem Hacken ne und so Der Hacker ist wieder am Start Aber der Name wird jetzt nicht genannt Aus der Nicht das Man weiß ja nie ne Ja Die Namen werden hier nicht genannt Ich weiß wer es mal und gut ist Und mein Steam account hat auch gegeiert Der kleine Lager Nur weil er sich selbst keine Spiele leisten kann Der kleine Opfer Ehrlich Ist einfach so Oh man Geh wie kann man es so doof sein Ehrlich Also Jo Ja klar ey Da fällt er einfach mal vorbei Ganz cool Klar Jetzt komm ich hier Ja so kann man das auch machen Aber du hast verloren Ich weiß Nochmal neu Meint der sich dorthin zu teleportieren Einfach so ey Alter wie geht das Ja klar mit F habe ich ja von iPhone gelernt Wir könnten eigentlich auch mal mit ihm noch zusammen mal zocken oder Ja aber wenn er erstmal umkommt hier Ja Ne auch so ein bisschen noch mit Labern oder What the fuck Ah nein In einer Skypecon wie vielleicht So dass wir zu Tritt noch ein bisschen zocken und aufnehmen Wäre doch auch was oder Ja Fände ich auf jeden Fall geil Ja Ja Krukes Wladivostock Woah 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 Ja Wie hat drüber gejumped ist Verdammte Facken Scheiße ey Und wieso steht bei dir Rennen minus 2 Hehehe Derederedereder Deredereder Boah wie ich da drüber gejumped bin ey So richtig stylish wissen WOOOOO BAM WOOOOO BAM Jetzt kommt der Weenlimacher Hehehe Weenlimacher Und da flicke ich auf die Schnauze Hehehe War ja so klar Alter Boah wie oft ich mich da drehe ey Alter die Folge Die muss ich mir reinziehen danach nochmal, ey. Yeah. Bade, bade. Hey, sexy lady. Opa, Gangnam Style. Was da für Musik kommt, ey. Ja, bei Elektroschock, da... Ja, mein ich. Da gibt's grad'n Rap, ey. Die haben da übelst die geilen Lieder, ey. Geht so? Mein, 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 mein. Früh. 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 Ich, ich, mein, 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 mein. Es ist auch sehr nice, dass wir in GTA, The Pellet of Gay Tony, äh, Nitro haben beim Motorrad. Ja, auch, ne, irgendwie. Ja, in GTA 4 war das ja nicht. Die haben auch schon vieles verändert. Ja. Vor allem auch im Multiplayer macht sehr viel fahren. Ist mal was anderes. Dings, Dings, wir sollten auch mal, äh, du sollst dann damit auch mal reinziehen, Leute. Ja, kommt auch noch, meine Freunde. Könnt euch schon mal drauf freuen. Wir haben ja 5 geplant zu 100 Folgen oder so. Ja. Mal sehen, ob das, was wir... Falls wir dann noch weiterleben. Eigentlich, wie wir solche Folgen. Aber, aber wir hoffen ja nur das Beste und, äh, für euch machen wir das natürlich alles. Genau, sehr gerne, natürlich. Wisst ihr ja Bescheid? Ich warte hier einfach mal ganz cool. Und währenddessen läuft das, äh, Lied hier aus dem Radio, was ganz schön chillig ist, ey. Egal, da liegt auch so. Oh, da kommt der. Turn it on. Turn, ja, genau. Kommt bei mir auch. Turn it on. Everybody on. Fuh. And fuh. And fuh. Guck. Guck. Esli, der ist geil. T-t-t-t-t-t-t. Guck, da dein, der Eimer Tod ist schneller als meiner. Oh, ja, macht der Eimer Tod hier. Scheiße. Der Kack. Ach, da hänge ich fest. Mann. So, jetzt nochmal. Ja, die kann gut Willy machen, die Frau. Die Frau. Sie ist zwar virtuell, aber gut. Genau. Jetzt komm ich, Junge. Da denkt, da meint der. Jetzt hole ich wieder auf, mein Freund. Turn it on. Turn it on. Turn it on. Span, watch and win it for. Let's go. Ich muss, ich break my phone oder was dir das war. Voll geil für ein Lied eigentlich. Ja, ich kenne das auch. Also, aus dem Radio oder so. Also, früher habe ich das mal gehört. Ja. Ich weiß nicht, wer der zinkt. Aber stylisch ist es auf jeden Fall. So, Nitro, ich komme, mein Freund. Ja, ist warm. Wow. Wow, alter, leck du bist bei mir. Wow, alter, sieht ins Zeitlupe-Effekt aus. Da hat er wieder gehangen. Der seht drauf und fällt einfach mal. Ja, Mann. Oh, aus dem Weg, Leute. So, jetzt. Der Stunt muss liegen. Muss sitzen. Ja, meiner auch. Wow, ja, der sitzt wirklich. Ach, du Scheiße, das war ein übelster Fail, ey. Den hättest du dir anschauen müssen. Ey, alter. Fuck, nochmal. Jetzt machen wir den Stunt nochmal. Ach, geht der gar nicht, Scheiße. Ich, äh, spawn einfach, oh, und tut voll verfehlt. Scheiße, voll verfehlt, ey. Ach, du Scheiße. Ach, du heilige Scheiße. Das kennen wir doch irgendwoher, den, 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 äh, Dings. Das Sprichwort, oder? Das Wort. Ach, du heilige Scheiße. Es gibt einer, der sagt es immer. Äh. Ein Bekannter. Ah, Bockbekannter. Weißt du, wer nicht mein? Nee. Sarazan. Ach, du heiliger Bimbam, sagt der. Heiliger Bimbambino. Ja, und, äh, er sagt auch, ach, du heilige Scheiße. Wow, boah, das Blut hat ganz schön gespritzt gerade. Alter Schwede, das geht mir gerade richtig auf die Nerven, alter. Soll ich da machen? Ich kann das nicht mehr machen als Gas geben, okay, alter? Ja, digalala. Warte. Ja, der knackt erst mal voll gegen mein Motorrad. Ich kannte, Alter. Wow. Das fliegt da aufs Maul. Bam. Jetzt kommt der Wheelie-Man. Wheelie-Man. Und aufs Maul geflogen, wie immer. Und ich bin gleich wieder down, oder? Ring, 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 ring. Alter, wie oft ich mich hier drehe. Nochmal ein Wheelie-Hill. Yeah. Der geht ab, der Hakucho da wieder heißt. Ja, guck, mein ist ja. Wow. Wow, ey, ouch. Das hat mir voll weh getan. Jenny, what you break my phone? Ach, schon wieder die Einfahrt verfehlt. Das gibt's doch nicht hier. Ich auch. What the fuck? Hey, du Penner. Du löst mein Vorwort, du Arschloch. Ja, fährte einfach mal an den Link. Ich dachte, da geht's weiter. Scheiße. Das war geil, ey. Die besten Fails nur bei Zock Commander. Die besten Fails nur bei Zock Commander. Ey, das wär geil, wenn wir mal die ganzen Fails zusammenschneiden würden. In meinen ganzen Spielen, wo ich schon Let's Blade habe. Alter, das wär richtig viel Arbeit. Mhm. Ja. Aber wär sicher geil, wo ich mich dann so aufrege und so, weißt du? Mhm, auch bestimmt, ja. Ja, weil ich hab schon so viele Videos hochgeladen. Schon 300 irgendwas jetzt sind's derzeit. Ja? Was weiß ich. 335 Videos. Ja, Leute. Kann sich natürlich ändern, weil ich lade... Äh, ja. Wenn das alt fertig ist, laden wir alles hoch. Was... Alles Mögliche wird dann hochgeladen und so weiter. Ja, wir sind die Upload Commander Rista. Wow. Alter, irgendwie ne, mag ich voll immer, äh, ist das zu machen. Ja. Irgendwie, komm mal. Du auch? Ja. Mach schon fahren. Aber ich mach's nur teilweise. Alter, woher kommst du denn her, jetzt? Ja, äh, ich bin aufs Maul geflogen, ne? Aber ich komm, ich folge dir. Jetzt komm ich mit Nitro, Alter, jetzt komm ich. Ha! Nix, ha, ha. Ich hab dich gleich schon wieder. What? Alter, das war schon wieder übelster Fail. Voll geflogen hier von der Brücke aus. Oh. Das war so geil, ey. Das auffällt hier. Wir kommen nicht weiter mit den Rundenzahlen. Beziehungsweise ich, weil ich die ganze Zeit am Fail bin. Deswegen kann es sein, dass die Folge ein bisschen länger wird. Genau, Leute. Und ich bin heute schon wieder aufs Maul. Alter. Aufs Maul. Wir zocken 16 Minuten. Ja, 39 jetzt. Ich, äh, würde mal sagen, wir sollten mal zu Posse kommen jetzt hier, ne? Ja, komm, los geht's. Ja, aber ich flicke immer an derselben Stelle aufs Maul. Ja, musst du da aufpassen, ne? Also anders geht's ja nicht, ne? Also... Ich bin halt, ich bin halt Depp, weißt du? Ja, Mann. Nochmal. Okay, ja, das Wetter, äh, Regen hat, glaub ich, nachgelassen. So ein bisschen... So ein bisschen... Alter, wenn du langsam mal da runterfahren musst von der Brücke, dass man da nicht aufs Maul fliegt. Aufs Maul fliegt. So ein bisschen von fünf. So ein bisschen von fünf. Noch zwei Runden. Elektrochock. Ja, Leute, äh, Schärfe ist, glaub ich, besser als ohne Schärfe und von daher, äh, walten wir mal die, äh, Schärfe hier ein an der Grafik, weil, äh, ich hab's mal, äh, Schärfe kurz, äh, ausgemacht, um zu sehen, wie das aussieht und so. Das sieht so wie Kino aus, aber halt, haltet ihr, äh, im Endeffekt nur noch verschwommen. Das ist ja scheiße aus. Genau, man möchte ja auch auf YouTube, äh, das alles, äh, detailgetreu sehen, also die Schrift und so, das ist ja ganz wichtig immer. Ja. Und nicht, dass es dann so scheiße aussieht, wisst ihr? Wow. What the... Bam. Einfach mal ganz cool, ne? Was da grad für ne Musik kommt, ey. Da, 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 da. Das singt so ein Kind, oder was? Hä? Echt? Ja, ja. Oh, Alter, nochmal Nitro geben hier, so. Wir wollen ja vorankommen. Ich hast du Wust, ne? Ja, ist auf jeden Fall nervig. Und ich, äh, denke, ich werde auch bald wieder krank, ey. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Aber, ja, der Wetterumschwung und so, der tut mir einfach nie gut. Also, ich hab zwar ein gutes Immunsystem, aber, ja. Mich hat's auch, äh, erwischt, also, äh, mein Hals hat gekratzt und, und ich konnte keine Aufnahmen machen. Ja, ist da, dann scheiße. Ja. Weil man's einfach gewöhnt ist, Let's Plays, äh, zu machen, weißt du? Genau, ja, ja. Hat da so seinen Tagesplan und so. What the fuck? Das muss rein, ey. Garantiert, Outtakes muss rein. Kommst du rein? Kommst du mit? Ich geb Gas, ja. So, fuhre. Damit das, damit das nicht so langweilig wird. Ja, macht einfach mal ganz cool, ne? Ja, hier, überholt du mich einfach mal ganz schick so, ja, ja. Wheelie so neben mir macht er einfach mal so, ja. Überhol ich, ich bin ja eh also, ne, von nachher, ne? Alter, du hängst immer an derselben Stelle, ne, irgendwie? Ich weiß. Jetzt kommt wieder die Brücke gleich, nachher. Dann wird's scheiße. Ja, fährt einfach Mainz. Ey, wo fährst du? Du bist falsch. Wow. Du fährst falsch, gell? Als kleine Info. Ne. Doch, du fährst falsch. Jetzt bist du wieder am Respawnpunkt. Ja, ich wollte ja auch dort hinfahren, aber die enge noch nicht, weil mein Motorrad irgendwie weg war. Ja, okay. Dings, wie wär's mit Warten? Ich hab auch gewartet, aber egal. Du hörst ja eh wieder einen Kursel. Genau, deswegen. Nein. Der will seinen Titel, äh, verteidigen. Wobei man hier ja von Titeln nicht sprechen kann, was ich da ablege, abliefere, an Skill. Aber egal. Wie gesagt, ich mach das aus Fun. Ich auch. Ja, nur bei dir, du hast halt Skill und ich nicht. Ich, ich mach das eigentlich so wie Sarah Zaun so. Ich spiele aus Fahnen, ja, und gerade der Shooter-Experte und so. Ja. Das wissen wir ja. Aber bei, bei, äh, Far Cry, da hat mich auch, äh, einige Leute gesehen, wie oft ich gefällt habe. Aber trotzdem, äh, hat mir das, äh, Game Spaß gemacht und, 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 und ich hab's einmal, einmal weiter gemacht. Genau, scheiß auf Fails. Außer wenn sie zu oft kommen, so wie in 07 Legends, da hatte ich dann keine Lust mehr, weißt du. Ja. Obwohl es ja an sich ein, äh, Spiel war, was, ja, Niveau, auf Niveau von, ja, wie soll ich erklären, ist, war jetzt nicht das Beste, aber man konnte es spielen. Wie gesagt, äh, die James Bond, äh, Spiele, die sahen nie so gut ab, bei Games da und so. Und auch, äh, ja, aber wenigstens besser als Luscious. Auf jeden Fall, Luscious hat, glaub 53. Alter, der Knatter mal gegen mich hier, ganz cool. Bam. Hat der Typ mich jetzt eingeholt. So, 5 von 5, Runde 5 von 5, sehr schön. Wir haben knapp 22 Minuten, also, Folge ist noch, äh, im Rahmen. Ich muss mal jetzt Gas geben hier. Ich will auch mal Erster werden hier. Genau. Sonst ist es ja voll lächerlich, äh, bei, äh, dir so Zweiter zu sein. Ja. Alter, das wird nix, glaub ich. Das wird nix, ey. Ach, ist ja verkackt, ey. Mir passiert jetzt gleich eh wieder ein Fail. Guck, war klar, war klar, war so klar, ey, ich sag's dir. Es war zu erwarten, dass ich ein Fail mache. Da hätte ich drauf wetten können. Ehrlich. Ich muss dich nicht... Sagt da gerade jemand im Radio. Mir ist ja nett. Es ist glück, äh. Oh, auf Radio läuft jetzt bei mir, äh, Bladibostock, Dings, äh, Piano oder sowas, glaub ich, ne? Ja, schön. Guck, was hab ich dir gesagt? Hakusho ist, äh, der... motor schon hallo du hast mich leicht überholt er war ganz leicht ja darf du nicht wahr sein du machst es wieder bestimmten fails wieder ja ist der standard ja fail fail voll ins wasser komm steig doch aus jetzt hat er mich jetzt hat er mich nee nee guck nur wegen meinen fails ja ja guck dann das hier kleiner bauer dann das hier wir haben wir haben wir haben da überholt er mich einmal wieder alle wieder dass er da mit dem körper er hat die löser geile mann ja da ja das hätte aber ein wenig aufs maul ja man oh man ey wie oft eigentlich das ja du weißt du was irgendwie voll geil war du überall brauche ich mich voll mit toben und dann kann das wieder gegen die Laterne ja es war vorher schon wieder knapp am failen also wo ich ab und zu gefahren bin aber ich hab's dann noch in den Griff bekommen und dann auf einmal fängt die Failerei an das ist immer das Fail rein wieder ja super ey da war geil der Stunt hättest du ihn sehen müssen ey so da kommt er jetzt da kommt er jetzt bestimmt ja wartet vorm Ziel guck du Penner ja das macht er immer extra er wartet vor dem Ziel und dann fahrt er mir glatt einfach rein weißt du ja einfach ins Ziel damit du den Sieg noch gewonnen hast na egal jetzt war es eine recht lange Folge 25 Minuten wie immer ich hoffe euch hat's gefallen und so weiter ne und äh ja hoffentlich hat's euch gefallen wie immer und ähm haut rein gutes Zusehen bis zum nächsten Mal und einen schönen Tag bis zum nächsten Mal 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 Vielen Dank.